Scheint es dir nicht auch so, als würde der Weg zum Gewichtsverlust mit jedem Tag länger und schwieriger werden? Glücklicherweise gibt es ein Getränk, das diesen Kampf viel leichter machen kann, indem es Körperfett schmilzt und es davon abhält zurückzukommen. Interessiert? Dann hör gut zu und mach dir Notizen. Aber bevor wir anfangen dieses Getränk zu mischen, vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du keines unserer neuen Videos verpasst. Alles, was du für diesen wunderbaren Cocktail brauchst, kann in fast jeder Küche gefunden werden. Schnapp dir einfach drei Zitronen, zwei kleine Bündel Petersilie, etwas Backpulver und etwa acht Gläser Wasser. Beginne damit die Zitronen mit einer Prise Backpulver zu schrubben und spüle sie dann ab, um Bakterien oder Pestizide zu entfernen. Gib etwas Backpulver in die acht Gläser Wasser und lege dann deine nun sauberen, glänzenden Zitronen hinein. Lass sie etwa eine Stunde lang darin liegen, damit sie das Backpulver aufnehmen können. Sobald das getan ist, wasche und schneide die Petersilie. Schneide die Zitronen auf und wirf beides ins Wasser. Entferne nicht die Schale von den Zitronen, denn sie enthält ihre eigenen wichtigen Nährstoffe. Bring das Wasser zum Kochen und lass es dann für drei Stunden bei schwacher Hitze brodeln. Nimm es anschließend vom Herd und lass es abkühlen. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte die Hälfte des Wassers verdunsten. Sieh wie deine suppige Kreation, gib es in eine Glasflasche oder einen Behälter und stell es über Nacht in den Kühlschrank. Trink direkt am Morgen 60ml, warte etwa 30 Minuten und genieße dann dein Frühstück. Die Magie dieses Getränks liegt daran, dass es deinen Cholesterinspiegel senkt, sodass du in kürzester Zeit viel Gewicht verlierst. Auch die Zutaten selbst haben ihre eigene gesundheitsfördernde Superkraft. Zitronen reinigen deine Leber und verleihen deinem Körper Energie, sodass du den ganzen Tag aktiv bleiben kannst. Backpulver ist sehr wichtig für die Fettverbrennung, denn es erhöht die Produktion von Ketonen in deinem Blut. Wasser ist der Grundstein für alles. Eine schlanke Figur, gute Haut und Haare und ein gut funktionierendes System. Getarsilie wiederum enthält eine beeindruckende Anzahl von Antioxidantien und kann sogar Krebs bekämpfen. Stell dir nur vor, was die Kombination all dieser kraftvollen Zutaten bewirken kann. Dein überschüssiges Gewicht wird vor Angst davonlaufen. Freu dich aber nicht zu früh. Du musst trotz allem deinen Arzt konsultieren, bevor du dieses Getränk zu deiner täglichen Routine hinzufügst, denn es enthält sehr viel Vitamin K. Vitamine klingen immer gut, aber alles in Maßen. Vitamin K kann spezifisch die Blutgerinnung beeinflussen. Es ist also unbedingt notwendig, einen Arzt aufzusuchen, bevor du etwas unternimmst. Nur er oder sie wird sicher wissen, ob dieses Getränk für dich geeignet ist. Und wenn nicht, keine Sorge. Wir haben noch ein paar gesundheitsfördernde und fettschmelzende Cocktails auf Lager. Lass uns die Dinge etwas versüßen und diesmal ein Detox-Getränk mit Honig und Zitronen zubereiten. Die Zutaten hierfür sind auch nicht schwer zu finden. Du brauchst einen Esslöffel Bio-Honig, eine halbe Zitrone und eine Tasse Wasser. Beginne damit, das Wasser zu kochen und lass es eine Weile abkühlen, bis es lauwarm ist. Rühre den Esslöffel Honig unter, bis er sich auflöst und mache dann das gleiche mit dem Saft der Zitronenhälfte. Und das war's auch schon. Fertig! Genau wie beim letzten Rezept ist es besser, als 30 Minuten vor dem Frühstück auf nüchternen Magen zu trinken. Denke daran, dass du es sofort nach der Zubereitung trinken musst. Denn das erneute Aufwärmen von Honig macht es giftig. Warten ist also keine Option. Warum funktioniert diese Kombination so gut? Honig und Zitronensaft verbessern deine Verdauung erheblich und entgiften gleichzeitig deinen Körper. Aber am wichtigsten ist, dass dieses Getränk des Körperfetts schmilzt und dein Stoffwechsel beschleunigt. Und das ist noch nicht die ganze Liste seiner Vorteile. Wenn du diese Mischung regelmäßig trinkst, kannst du dich auf makellose und starke Haare und Nägel freuen. Ich würde sagen, dass es sich wirklich lohnt. Auch das nächste Rezept ist ein großer Erfolg. Wir bereiten einen leckeren und unglaublich gesunden Mango-Ingwer-Cocktail zu. Der Name sagt alles. Du brauchst eine 2,5 cm lange Ingwerwurzel und eine Tasse mit gefrorener Mango. Denke daran, dass dieses Rezept einen 3,5 Liter Krug ergibt. Wenn du also einen kleineren Behälter hast, dann verwende nur die Hälfte der Zutaten. Wenn du eine kleine Tasse machen willst, brauchst du nur eine Scheibe Ingwer und ein Achtel einer Tasse Mango. Für den 3,5 Liter Krug beginne, indem du den Ingwer schälst und in drei oder vier Münzgroße Scheiben schneidest. Gib es dann in den Krug und gib die Mango dazu. Füge drei Tassen Eis hinzu und fülle den Krug mit Wasser. Dann stelle ihn für etwa drei Stunden in den Kühlschrank. Überspringe nicht den Teil mit dem Eis. Es hält den Ingwer und die Mango unter Wasser und verleiht somit den Geschmack. Dieses Getränk ist eines der beliebtesten Getränke zur Entgiftung. Und das ist keine Überraschung. Denn es ist eine echte Wunderwaffe, die den Stoffwechsel ankurbelt und dir hilft Gewicht zu verlieren. Es verbessert auch dein Gedächtnis und kann sogar deine Libido erhöhen. Oh la la! Trinke jeden Tag ein Glas und du wirst bereits in kürzester Zeit den Unterschied sehen. Außerdem schmeckt es wirklich gut, also musst du dich nicht zum Trinken zwingen. Tatsächlich wirst du das nächste Glas kaum abwarten können. Aber genug mit den Rezepten für vor dem Frühstück sprechen wir nun von einem, das du vor dem Schlafengehen trinken kannst. Es gibt nicht viele Getränke, die dir während des Schlafens helfen können, Gewicht zu verlieren. Diese Gurkendurchzogene Seltenheit wird also sehr geschätzt. Hierzu brauchst du eine lange Gurke, sechs Tassen Wasser, ein Dritteltasse Minzblätter, ein Esslöffel geriebenen Ingwer und eine Zitrone. Das Rezept selbst ist super einfach. Schneide die Gurke und die Zitrone in Scheiben und gib sie gemeinsam mit den anderen Zutaten in das Wasser. Es ist besser, alles in eine große Flasche zu geben, sodass es später leichter getrunken werden kann. Vergiss nicht, es über Nacht zu kühlen, damit alles zusammen einwirkt. Trinke es direkt vor dem Schlafengehen, aber beachte, dass es kalt sein sollte. Das Tolle an diesem Getränk ist, dass es während deines Schlafs fett schmilzt. Ja, wie einfach ist das bitte? Außerdem reinigt es deine Haut und steigert deine Energie für den nächsten Tag. Du kannst es auch mit zur Arbeit nehmen und es über den Tag hinweg als belebendes Stärkungsmittel trinken. Nach nur wenigen Tagen siehst du bereits die ersten Ergebnisse. Einen viel flacheren Bauch, der mit der Zeit immer kleiner wird. Zu guter Letzt haben wir noch ein einfaches, aber effektives Schlafgetränk zur Gewichtsreduktion. Dieses Mal brauchst du einen Esslöffel Honig und einen Teelöffel Zimtpulver. Mische die Zutaten in einer Tasse mit warmem Wasser und trinke es, bevor du ins Bett gehst. Ja, das war's. Erledigt. Finito. Mit diesem Rezept kannst du nichts falsch machen, denn alle Komponenten sind dafür bekannt, nicht nur den Körper zu entschlacken, sondern auch die Gesundheit zu fördern. Honig, wie bereits erwähnt, beschleunigt die Stoffwechselrate und Wasser spült Giftstoffe aus deinem Körper. Zimt wiederum hilft deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Das ist ziemlich wichtig, denn ein erhöhter Blutzucker kann zu einer erhöhten Fettspeicherung führen. Kombiniere diese drei Zutaten und du erhältst eine Killer-Kombination, durch die du deinen Traumkörper schneller erreichen kannst, als du denkst. Also hoch die Tassen! Was ist mit dir? Welche Methode war am effektivsten in deinem eigenen Kampf der Beule? Verrate es uns in den Kommentaren! Vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben!